Das klappt niemals. Was denkst du, wer du bist? Du bist nichts besonderes. Du hast doch noch nicht einmal einen Plan. Videos hast du auch noch nie gemacht. Alles was du machen wirst, haben andere doch schon längst getan. Das hat keine Zukunft. Was machst du, wenn es scheitert? Was machst du, wenn dich keiner mag? Was ist, wenn die Leute dich auslachen? Was ist, wenn die Leute dich hassen? Du kannst das nicht. Lass es! Du bist ein Niemand. Gib auf! Solange wir zweifeln, stehen wir still. Der erste Schritt in die Dunkelheit ist immer der härteste. Für ihn brauchen wir eine starke Motivation. Für mich seid das ihr, die Zuschauer. Für mich seid ihr, die sich übervette. Für mich seid ihr, die sich übernommen. Für mich seid ihr, meine Kinder. Für mich ist es dein Leben lang zu dem Zeitraum. Und für mich seid ihr. Für mich seid ihr, als siehnt. Alles was damit, ist ein Leben lang. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020